Der Schlossplatz in Freiberg verwandelte sich am Samstag in eine Party-Location, denn hier wurde Geburtstag gefeiert. Aber nicht irgendeiner, sondern der 70. Geburtstag der Wohnungsgenossenschaft Freiberg. Schon seit vielen Jahren lehnt die Genossenschaft ein, um gemeinsam mit Mieterinnen und Mietern und solchen, die es vielleicht mal werden wollen, zu feiern. Und das kommt an. Zum runden Geburtstag also höchste Zeit, um mal in Erinnerungen zu schwelgen und sich anzuschauen, wo die WG heute steht. Angefangen hat es in den 1950er Jahren aufgrund der Wohnungsnot, die in Freiberg geherrscht hat. Es gab einfach keine Wohnungen. Es gibt zum Teil noch Mitglieder, die Erstbezug haben, also die aus den 1950ern bei uns wohnen. Und die berichten genau das. Wenn man auf unserer Chronik guckt, auf unserer Homepage, da haben wir so einen Film. Und da können Sie sehen, wie glücklich die heute noch sind über das Gefühl, was sie damals hatten, wo sie eine Wohnung von der Genossenschaft beziehen konnten. Da hat es angefangen. Und heute ist es so, wir sind eine der großen Vermieter in Freiberg, sind die einzige Wohnungsgenossenschaft. Und Genossenschaft ist ja ein ganz besonderes Modell. Wir sind also nicht gewinnorientiert. Wir müssen natürlich betriebswirtschaftlich handeln, sonst können wir nicht existieren. Aber unsere Eigentümer wohnen in unseren Häusern. Das heißt, das ist eigentlich so das Spezielle. Bei uns ist ganz viel auch Mensch im Spiel. Und das macht uns aus. In den 70 Jahren verpflichtete sich die Wohnungsgenossenschaft nicht nur seinen Mietern gegenüber, sondern engagierte sich darüber hinaus auch ehrenamtlich. Jeder vierte Freiberger oder jede vierte Freibergerin wohnt bei uns. Das heißt, wir sind ein Teil der Stadt. Wir sind zwar nicht städtisch, aber uns gehört ein Teil dieser Stadt. Und wir sind verantwortlich für die Leute, die in den Häusern wohnen. Und schlussendlich gehört ja den Menschen auch die Genossenschaft. Und die brauchen mehr als Wohnungen. Die wollen auch, das Vereinsleben muss, für eine schöne, funktionierende Stadt muss das Vereinsleben auch leben. Und deswegen steht in unserer Satzung, dass wir uns auch darum kümmern müssen. Und das machen wir. Also wir unterstützen Sportvereine, insbesondere den Breitensport, damit junge Menschen ein Sportangebot haben, aber auch alte Menschen. Wir unterstützen Kunst, wir unterstützen Musik, damit die Gesellschaft funktioniert. Also wir sind ein Teil der Gesellschaft und tragen dafür natürlich auch Verantwortung. Und nicht nur rein ein klassischer Wohnungsanbieter. Zur Party auf dem Klossplatz konnten sich Besucher einmal mehr davon überzeugen. Denn vor Ort konnten neben der beliebten Blaulichtmeile auch zahlreiche Sportvereine mit unterschiedlichsten Mitmachprogrammen angetroffen werden. Zu sehen gab es auf der Bühne zum Beispiel Tanzeinlagen vom TSV Schwarz-Weiß Freiberg, sowie ein Mitmachprogramm von Zumba-Instruktorin Juliette. Taekwondo sorgte für ordentlich Action und die Musikschule schickte Luca mit seinem besonderen musikalischen Talent. Aber was gehört neben abwechslungsreichen Geschenken noch zu einer ordentlichen Geburtstagsparty? Genau, natürlich Glückwünsche. Happy Birthday in die Wohnungsgenossenschaft. Wir sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zug, Ortsfeuerwehr der Stadt Freiberg. Wir freuen uns natürlich, dass wir heute hier sein dürfen. Wir freuen uns immer, dass wir uns im Publikum zeigen können, Mitbürgern und so weiter und so fort. Natürlich wünschen auch wir der Wohnungsgenossenschaft weiterhin alles Gute, viel Erfolg, immer ein gutes Händchen. 70 Jahre Wohnungsgenossenschaft. Die Wohnungen sind top, das läuft alles ganz gut, haben wir schon so mitgekriegt. Also die Vermieter und Mieter sind alle zufrieden rundherum. Also ich denke, das läuft ganz gut und wir hoffen, dass es so weitergeht. Beste Krise von uns aus Zug. Liebe Wohnungsgenossenschaft, wir freuen uns, euch zum 70. Geburtstag gratulieren zu können und freuen uns dabei zu sein von den Meiners. Wir gratulieren der Wohnungsgenossenschaft Freiberg ganz herzlich zum 70. Geburtstag. Wir freuen uns, dass wir hier dabei sein dürfen und den Freibergern nochmal so ein bisschen eine Auffrischung geben können, dass die alle fit sind. Und auch wir wünschen der WG natürlich noch einmal vom Herzen alles Gute. Auf mindestens weitere 70 Jahre. Wo ist das Licht, wo ist dein Stern, da fehlt, da fehlt hier, fragst mich, wo wir gewesen sind. Wird alles anders, wird alles anders, wird alles anders. So können wir ein bisschen die Hände rummachen, los geht's. Ja, ich weiß, es war ne geile Zeit. Und zwar klein wenig so weit. Lüfte ist hier. Ja, ich weiß, es war ne geile Zeit.